herzlich willkommen zurück liebe freunde in warrand wer hätte das gedacht wir haben das hervorragend sagen wir haben eine kaputte rüstung aber wir haben noch eine aufgabe hier in ischta und die würde ich noch ganz gerne erledigen und zwar müssen wir den beidhändigen kampf lernen um noch diese quest hier bei ugrasal fertig zu machen können wir jetzt eigentlich mal machen würdest du mich im kampf unterrichten dir fehlt es an der nötigen erfahrung 15 lernpunkte kostet das na gut dann können wir das jetzt erst mal noch nicht machen aber das nicht schlimm ist nicht schlimm du bist viel zu fett du sollst noch eine stufe steigen ok na gut dann halt noch nicht ja des ritters unbeglichene schuld ach ja genau hier ja da müssen wir hier noch mal irgendwie zum feuerclan oder zu den feuer magiern aber da habe ich diesen einen krieger jetzt ehrlich gesagt nicht gefunden der bruder von tordir will ich das jetzt machen weil ich gesagt weiß ich nicht ob ich das machen will was wir jetzt aber machen können wir können den paladin mal ihre magie zurückkommt wenn ich jetzt einmal der wüste bin jeweils nach morassul da gibt es einen paladin dem auf jeden fall da sprechen können diesbezüglich das machen wir jetzt weil den vergisst man glaube ich relativ leicht weißt du schon ich weiß auch schon gar nicht mehr wieder wie der hieß ich weiß nur dass wir ihm geholfen haben sein feuerkelch aus dem bauch eines crawlers rauszuschneiden das weiß ich noch daran erinnere ich mich daran erinnere ich mich noch ja irgendwo hier in der wüste genau da geben wir ihm den kelch wieder überleg gerade im kopf wo ich dann noch hin muss also klar die beiden paladine wo es beauftragt war natürlich diesen grab habe ich das schon geplündert ich bin mir relativ sicher dass ich das wohl schon gemacht habe aber man weiß ja nie tatsächlich noch nicht anscheinend cool was haben wir denn da naja genau tordir und carlin und dann halt noch jedem paladin der mir noch so einfällt so viele sind ja eigentlich gar nicht mir fällt auf jeden fall noch der paladin kapdun ein wenn gerade gibt es sicherlich noch ein paar paladine die da bock drauf hätten wahrscheinlich das wie sind viele sandlörper noch so in vender hat wie gesagt gibt es noch glaube ich kopren und noch ein paar paladine die das dann bestimmt oh Junge wie er sich wegduckt was für eine legende bitte sag mir ah schade er hat gehofft wir finden hier einen kronstöcke leider nicht der fall da hinten ist glaube ich die ruine wo wir hin mussten mit dem das heißt da da ist das lager da bin ich mir sicher dass ich den finde ja und diese suchquest mit diesem stab da weiß ich nicht also ich muss gestehen dass da meine motivation relativ gering ist aber vielleicht ich nehme jetzt auch schon irgendwie die vierte folge oder so auf heute vielleicht mache ich es dann in der nächsten aufnahmesession ich bin gekommen dir deine magie zurück zu geben Innos sei Dank es gibt noch aufrichtige Männer in diesem Land nimm dies als Dank von mir du spielst eine ganz wichtige Rolle in diesem Krieg des Wahnsinns da bin ich jetzt ganz sicher pass auf deinen Rücken auf wenn du willst kann ich dir gerne helfen so wie du mir geholfen hast ich werde dein Waffengefährte sein wenn du es wünschst gut zu wissen ist gar nicht so schlecht den können wir wirklich mitnehmen wenn wir dann diese diese Quest machen hier mit dieser Suche nach diesen Stabteilen können wir den wirklich mitnehmen ehrlich gesagt boah das sind riesige Felder wo wir suchen müssen holy moly das wird eine längere Suche werden glaube ich können wir mal eine extra Folge machen eine extra lange Folge dafür okay gut dann haben wir ihn jetzt mal erledigt dann teleportieren wir uns mal nach Nemora da haben wir nämlich Carlin in Trelis gibt es ja auch noch einen Magier äh Magier Paladin meine ich dem können wir auch seine Magie ach Finlay hat sogar überlebt und ist zurückgekommen da sieh mal einer an hier hast du deine Magie zurück ich danke dir du bist ein vielversprechender Mann Inus gebe dir Kraft für deine Mission in dieser Welt und ich gebe dir dies zur Stärkung cool 10 Heiltränke wie gesagt ich hätte doch eigentlich noch mal Bock irgendwo eine Paladin Rüstung zu kaufen ah übrigens der Anführer der Orks auf dem zerstörten Bauernhof ist tot gut die Jungs sind uns schon gefährlich nahe gekommen hier hast du deinen Anteil von unserem Gold zeig mir deine Ware naja keine Paladin Rüstung aber er hat da haben wir ein mächtiges Problem er hat auf jeden Fall Gold und da bin ich nicht abgeneigt das an mich zu nehmen so ich weiß nicht ob du damit recht hast was kann denn schon konnte ich dem Anführer hier eigentlich nochmal Bescheid geben aber ich glaube nicht ich glaube dem interessierte hat das gar nicht interessiert dass ich Trelis befreit hatte ja dem war das völlig egal ok dann jetzt auf nach Trelis da ist nämlich Konrad der will seine Magie zurück da sitzt er der Lump ich bin gekommen dir die Magie zurück zu geben hör auf mich zu verspotten sonst wird es dir schlechter gehen her nimm schon du Spinner wahrhaftig es fühlt sich an wie damals gelobt sei es du Innos du hast mich nicht verlassen dank dir Fremder rufe nach mir und ich werde an deiner Seite kämpfen Trelis ist befreit deine Aufgabe hier ist erfüllt doch der Kampf gegen das Übel ist noch nicht vorbei verfüge über mich ich werde an deiner Seite kämpfen Befreier eigentlich ist der Krieg schon lange vorbei egal ok dann können wir nach Kapdun gehen da gibt es noch den Paladin Wenzel dem kann ich jetzt auch mal sein Schwert zurückgeben oder habe ich das schon gemacht ich glaube schon wo ist er denn wer bist du denn achso Wachposten wo ist jetzt Wenzel oh boy bitte sag nicht dass der weg ist das wäre jetzt ein echtes Problem ach da hinten sitzt der oh Gott sei Dank kurz Angst kurz hatte ich Angst komm her ich gebe dir deine Magie zurück Innos sei Dank so lange warte ich schon auf die Erlösung das ist ein großes Geschenk ich danke dir hier nimm ein Geschenk an dich möge Innos dich beschützen Dankeschön zehnmal ertränke gut wen haben wir denn noch in Montera gab es da einen Paladin ne aber in Reddor gibt es natürlich einen Paladin zwei sogar ne wobei der eine ist ein Ritter Gelfort ist ein Ritter ich glaube dem kann man keinen Feuerkelch geben natürlich versuche ich es mal aber ich denke nicht dass das geht dein Freund Rocco musst du noch auf seine Befreiung warten der wir will erst dir einiges wieder aufbauen ich war es ich hatte schon mit der wir darüber geredet so leid es mir für ihn tut aber er muss einfach noch etwas länger aushalten der wir habt es hier immer richtig gehandelt und wer wird es auch diesmal gut durchdacht haben aber Rocco und alle anderen werden nicht vergessen ja gut das schade dass ich ihm das nicht sagen kann dass ich äh Fahring selber schon befreit habe aber da merkt man halt auch wieder dass die Modder die haben da schon Zeit investiert so in das Schreiben der Quests und der Dialoge und aber man merkt halt dass sie halt nicht so erfahrene ja Quest Designer sind die das hier gemacht haben aber ist ja auch nicht schlimm ne also dafür sind halt eigentlich die Entwickler zuständig die die Lore quasi gebaut haben damals bei Gothic kann ich bei dir noch was verkaufen Marlo zeig mir deine Ware Mist ich hätte Gelfort vielleicht auch mal nach ähm nach Rüstung und so fragen können hab ich jetzt gar nicht gemacht vielleicht hätte der eine Paladin Rüstung verkauft alter 40 Silberdinger hier holy shit das ist aber tatsächlich zu viel der hat nur 7500 Gold hier der Kollege ja so passt es hier hast du deine Magie zurück Glaube versetzt Berge heißt es danke jetzt darf ich wieder hoffen dass sich alles zum Guten wenden wird nimm dies und benutze es im Sinne Enos Dankeschön so kann man auch seine Mana Vorräte wieder auffüllen gut wen haben wir in Adea haben wir niemanden in Montera haben wir glaube ich niemanden in Geldern haben wir keinen Paladin in Sylden haben wir keinen Paladin äh in Okara haben wir auch keinen Paladin in Gotha haben wir keinen Paladin in Phareng haben wir keinen Paladin ja dann ist eigentlich nur noch in Vanguard ich überlege gerade aber eigentlich wie viele habe ich denn noch 5 als Diener Enos bist du ins Kloster gegangen und als sein Erwählter kehrst du zurück dein Schicksal hat sich erfüllt nun erfülle Enos Willen kann der mir eigentlich was besonderes beibringen würdest du mich im Kampf unterrichten äh wie töte ich einen Org ich glaube der kann mir alles beibringen lehre mich wie ein Paladin zu kämpfen ja ok also bei ihm kann ich wirklich absolut alles lernen nett tja jetzt brauche ich nur noch die namhaften Paladine hm wer zählt denn da dazu Koprin auf jeden Fall dass die hier keine Paladin Rüstung verkaufen das wundert mich so hart dass das nicht geht so ich glaube Koprin hier mit Magie kannst du deinen Job besser erledigen zum Teufel wir brauchen mehr Männer wie dich ich hab ja was für dich mach weiter so Enos sei mit dir verdammt nochmal so dann auf jeden Fall euch zwei Georg und Tordia hier mit Magie geht's besser ich frag lieber nicht wie du das angestellt hast Enos sei mit dir danke hier warst du noch Heiltränke klar hier hast du deine Magie zurück ich schnall ab wie ist das möglich ich danke dir hier dafür hast du bestimmt Verwendung Enos möge dich schützen ich will so eine Rüstung haben Mensch du hast ja zwei tolle Haarfarben fang du jetzt nicht auch noch an ich habe schon immer zwei Haarfarben gehabt das ist ebenso ist ja gut ich sag nichts mehr oh man alter ich will das eigentlich gar nicht machen aber komm hey aber das springt einem richtig ins Auge was soll das du hast gesagt dass du nichts mehr sagst ja stimmt gut ich bin still oh man ne das ne das mach ich nie sorry aber das ist einfach nur Nonsens so also wir teleportieren uns zum Tempel ach nein es ist der Enos Schrein im Kloster ich Idiot ja toll Milton haben wir auch verloren ne der ist wirklich im Äther von Nordmar irgendwo verschwunden zum Tempel von Vengard wollte ich nicht trotteln hier gab es noch mindestens Markus ich habe mit Charybdo über den Feuerkelch gesprochen das ist gut wir hatten es schon seit Tagen erfolglos versucht das hier wird dir die Magie zurückgeben du bist ein Held weißt du das Inos möge dich beschützen hier nimm dies als Geschenk von mir okay okay ist denn die Stadt jetzt wieder bevölkert hier einigermaßen oder ne wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht tja wer ist denn jetzt noch offen ey wem kann ich denn jetzt noch einen Kelch geben wir haben jetzt noch einen da einen Kelch haben wir jetzt noch wer kriegt den denn jetzt wer kriegt denn jetzt den Kelch hmm vielleicht kann ich mit Charybdo nochmal kurz reden wer kriegt jetzt diesen letzten verfluchten Kelch ey wen habe ich vergessen das Feuerkelchritual war ein voller Erfolg das hast du vortrefflich gemacht mein Sohn unsere Paladine werden sich über ihre wiedererlangten Kräfte freuen und dich dafür belohnen ich bin sehr stolz auf dich nimm diese Gabe mit auf den Weg Enos sei mit dir ich habe alle Feuerkelche gefunden sehr gut Retter ich wusste du würdest es schaffen meine Ordensbrüder in Nordmar werden sicherlich stolz auf dich sein wenn du den Paladinen ihre Magie zurückgibst ihr nimm das wird dir helfen zeig mir deine Ware ah ja die Paladin Rüstung du bist in Ordnung Dankeschön du auch Bruder so die würde ich auf jeden Fall gerne in meiner Sammlung noch hinzufügen das ist eine tolle Rüstung Stab des Wassers Stab des Feuers warum auch immer der Stab des Wassers besser ist weil er die Range größer hat aber gut egal sei es drum geil da kann ich mir jetzt hier tatsächlich noch eine Paladin Rüstung gönnen das ist doch eine feine Sache ich schwefe Pau jetzt nicht mehr das Gold könnte ich noch eintauschen im Markerrecht tatsächlich 29 Pfeifen oh man die Jagddinger kann ich jetzt auch verkaufen die Pau jetzt auch nicht mehr die Fackeln können weg die Kellen können weg ich werde jetzt auch wahrscheinlich nix mehr kochen ok boah das wird jetzt noch mal eine teure Sache aber das ist jetzt halt so komm die leichte Nordmal Rüstung ach ne komm die behalte ich jetzt ich habe so viel Geld das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig aber jetzt haben wir endlich die Paladin Rüstung ich glaube das ist wirklich die beste Rüstung die man ins Spiel kriegen kann wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege komm passen dazu naja wobei die Schwerter sind schon ziemlich passend ehrlich gesagt Schwertmeister würde ich jetzt eigentlich noch ganz gerne werden was brauche ich dafür ok kann ich noch Schwertmeister lernen dann könnte ich den Drachentöter noch nutzen die Paladin Rüstung ist schon ziemlich geil die Paladin Rüstung ist schon ziemlich geil ähm 20 Lernpunkte brauche ich na gut ja die Frage ist jetzt wer kriegt ah ich weiß ich weiß ich weiß in Okara gibt es noch einen Paladin natürlich in Okara haben wir noch einen den Anführer von Okara nämlich der ist ja noch ein Paladin genau und dann haben wir es geschafft dann haben wir alle Feuerkelche verteilt kann dir doch egal sein sehr schön dann haben wir das auch geschafft nice hier Roland ich gebe dir deine Magie zurück so ist der große Tag also gekommen Innos beschütze dich auf allen Wegen die du beschreiten wirst nimm dies von mir um deine Aufgaben leichter zu vollenden nice wir haben es geschafft jetzt haben wir alle Paladine versorgt mit ihrer Magie ja das ist jetzt also erfolgreich hm ok gut anyway Fortsatz werde ich runtergeladen ey das also das ne das will ich nie machen das ist einfach nur ne tut mir leid das mache ich nicht das ist mir ein bisschen zu doof ich mache vielleicht noch die Sachen mit dem Eisstab aber mehr auch nicht ok das heißt wir müssen jetzt noch eine Stufe aufsteigen damit wir die Quests mit dem Kampf hier noch erledigen können das bedeutet wiederum ich muss irgendwie nochmal puh da brauche ich echt nochmal viele Erfahrungspunkte wobei ne ich habe 22 Lernpunkte wir können das jetzt lernen wir können das jetzt lernen Gott sei Dank das können wir jetzt machen noch da sind wir jetzt wieder da wo wir heute angefangen haben ja dann können wir jetzt noch den beidhändigen Kampf machen und dann ja ich will den Kampf mit zwei Waffen lernen die Kunst des Kampfes mit zwei Waffen erfordert hohe Konzentration du trägst zwei Waffen zugleich also nutze sie auch du kannst schnell blocken und schnell wieder zuschlagen geh und übe das brauchte ich das nicht noch für ne Quest irgendwie hm bei wem musste ich das denn jetzt abgeben ok kann ich das jetzt nicht oder muss ich das bei Zuben kann sein dass ich das bei Zuben abgeben muss ok warte mal habe ich jetzt noch ein cooles zweites Einhandschwert der Inquisitor zum Beispiel ah ist Elvastado auch nice natürlich sieht es cooler aus wenn es zweimal die gleichen Waffen sind ehrlich gesagt aber ich sollte schon die beste Waffe nehmen oder die best 10 Waffen nehmen die ich habe ok das sieht so wild aus man könnte jetzt ein bisschen meinen ich bin Geralt von Riva nur in der Gothic Variante ich muss zugeben das war noch nie so richtig mein Kampfstil dieses Kämpfen mit zwei einhändigen Klingen das hat sicherlich was aber das ist wirklich glaube ich was wenn man halt wirklich einen Assassin Run macht ich glaube dann passt das auch wirklich besser du hast also deine Entscheidung getroffen das bedeutet nichts dein Schrei wird das letzte sein was man von dir hört bringen wir es hinter uns ich habe viele Kämpfe gefochten und alle Gegner überlebt ja aber jetzt ist es Zeit abzutreten dieser Kampf wird entscheiden was mit der Zukunft der Welt geschieht deine letzte Stunde hat geschlagen jetzt habe ich ein Problem das wollte ich eigentlich gar nicht egal bleib stehen du Hund na gut dann machen wir das jetzt halt noch scheiße ich habe halt keinen Space hier um meine Zauber zu nutzen ich muss raus hier ich muss raus hier auch oh Gott vor allem das Schlimmste ach ja das ist jetzt mhm ungenehm ich frage mich ja ob jetzt alle in Nordmar sauer auf mich sind aber wenn wir es nicht schaffen rüber zu kommen ja tja was wollt ihr machen was wollt ihr machen ihr könnt gar nichts machen so sieht es nämlich aus spürt innaus heiliges Feuer bitches oh mein g wie geil ist das bitte ja jetzt ist die Quest zwar gescheitert aber scheiß drauf jungen das war es ja mal das war ja mal komplett wert das war ja mal wirklich das war es komplett wert oh Junge oh scheiße nee nee Zugen darf nicht entkommen du bleibst mal schön hier dich muss ich töten du bist mein Hauptquest Ziel wir sind geschlagen ja das stimmt wie er jetzt in die Wüste rennt wie so ein verdroschener Köter also das Spiel ist natürlich nicht vorbei wenn ich ihn jetzt töte aber ich äh hier Dämon du darfst ihn ruhig angreifen wir sind geschlagen die Junge wir sind geschlagen wir sind geschlagen oh Junge wie gesagt ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht machen aber okay mein Gott hat sich jetzt halt so ergeben wir sind geschlagen halte den Dieb ja die macht der Götter gestört wie schnell ist denn der bitte Junge der Bruder gibt ja mal richtig Gas er rennt zum Belia schreien als ob ihm das irgendwas gebracht hätte Junge 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 Skelett beschwören Großschwert erhalten er macht hier sauber ja das war das war richtig witzig man mit den mit den Feuer zaubern das zu lösen das war ja weil das Ding ist jetzt können wir ja noch richtig looten wenn ich so drüber nachdenke Ishtar hat so viele Schätze komm dann machen wir jetzt noch eine dicke Lootrunde hier dann machen wir heute mal ein bisschen länger die Folge und mache jetzt hier noch schön einen auf Kleptomane und räumen die ganzen Schatzkammern aus und so oh Junge Junge haben wir mal ebenso beiläufig die Hauptstadt der Assassinen platt gemacht hier gibt es jetzt so viel noch zu looten und so viele Schätze zu holen überall diese Mistviecher oh Bruder ne machs nicht lauf zurück so das war's mit dir du Mistvieh oh er hat Balls das muss man ihm wirklich lassen so okay fangen wir mal an den Palast zu plündern ja ich könnte jetzt zu Inos gehen und das Spiel beenden aber das machen wir jetzt natürlich noch nicht jetzt die letzten Momente dieses Spiels will ich noch in 1-2 Folgen noch ein bisschen genießen wie gesagt nächste Folge werden wir uns dann wahrscheinlich hinsetzen und nochmal diese Stab-Quest machen diese Eis-Stab-Quest und wir müssen ja noch die ganzen anderen Assassinen-Orte befreien ich will ja eigentlich Varand noch komplett befreien was ist denn ich will ja Varand noch komplett befreien und eigentlich will ich auch nochmal Myrthana befreien ich habe ja mal in irgendeiner Folge gesagt, dass ich eigentlich nochmal die komplette Welt vernichten will ich will wirklich die komplette Welt vernichten ich will jeden töten und einfach mal gucken was ist denn ob das dann quasi bei den End-Credits nochmal irgendeinen Impact hat weil manchmal also am Ende gibt es ja immer nochmal so ein paar Szenen wenn die Credits runterlaufen dass dann so die Bilder ja nochmal die Beschreibung der Welt nochmal erklären kennt ihr ja alle wenn ihr Gothic 3 durchgespielt habt schonmal und da will ich einfach mal sehen ob sowas kommt wie die Welt wurde vernichtet oder irgendwie sowas so was ganz besonderes wisst ihr was ich meine weil wenn ich wirklich absolut jede Fraktion auslösche sowohl Myrthana als auch Varand als auch Orcs als auch die Nordmahre wirklich jeden besiege also absolut jeden auslösche dann will ich einfach mal wissen ob das einen Impact auf die Credits hat oder so und wirklich jeden töte so dass es keinen keinen lebende Fraktion mehr auf dieser Welt gibt das wäre halt nochmal witzig und darauf habe ich eigentlich Bock darauf will ich eigentlich hinarbeiten also auch selbst wenn wir uns für Innos entschieden haben selbst dann da ist nichts zu holen da ist nichts zu holen Junge wir werden steinreich hier rausgehen Junge ich werde so viel Gold mit mir dabei ich habe ja jetzt schon über eine halbe Million ob wir die Million knacken können mal sehen kann sogar sein dass wir das schaffen können was ist denn wenn ich mich hier weg teleportiere und wieder her teleportiere müssten eigentlich die Nomaden hier sein und dann will ich die Nomaden eigentlich nochmal auch besiegen also ich werde ich da halt noch ein zweites mal befreien nur dann halt von den Nomaden das ist ähm ich will einfach mal gucken wie das Spiel dann damit umgeht wirst du was ich meine das würde ich gerne mal wissen so hier sind wir in den Katakomben von Ishtar das hier Königsbanner hängen von Myrtana das finde ich so seltsam das passt gar nicht hierher macht eigentlich auch gar keinen Sinn aber egal so hier sind wir in der Vorratskammer anscheinend angekommen hm 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 So richtig die Schatzkammer? Haben wir anscheinend schon geplündert. Ich dachte aber, da gäbe es noch mal eine separate Schatzkammer irgendwie, aber irgendwie habe ich das... Jetzt habe ich den Zauber echt auf den Hocker gewirkt. Das bringt nichts. Ja, danke. Habe ich mir schon fast gedacht. So. Schwert der Ahnen. Als Schmiedeplan haben wir das bekommen. Okay. Oha. Dieses mächtige... Diese mächtige Waffe besteht aus reinem Erz. Jetzt brauche ich aber eine Rubin-Klinge. 155 Dammit. Das ist schon verflucht stark, ey. Ist das eine Zweihand-Waffe? Ich kann sein, dass das eine Zweihand... Wobei, nee, ist eine Einhand-Waffe. Range 100. 100 ist gar nicht so krass. Vielleicht kriege ich noch mal irgendwo eine Rubin-Klinge und dann mache ich die vielleicht noch mal sehen. Warte mal, kam ich jetzt von hier? Ja, von hier kam ich, genau. Abgebrochen. Ach, nö. Das löse ich jetzt nicht so. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Ich mag dieses Tunnelsystem. Unter Ishtar. Ui. Okay. Nichts zu holen. Tja, jetzt können wir nochmal alle Kisten hier plündern, die wir ja noch zu überall haben. Das machen wir jetzt noch in der Folge hier. Guck mal, der Schmied ist, glaube ich, sogar noch da. Der kennt da nix. In Morasul zu plündern, das würde uns auch nochmal richtig Gold bringen, glaube ich. Bring. Du wirst. Jetzt habe ich mir so einen Katana gekauft. Toll. Ich dachte, ich kann zwei bei dem kaufen. Dann hätte ich jetzt zwei Katanas. Surprise, surprise. Dann hätte ich so wenigstens mal zweimal die gleiche Waffe quasi als auch auf dem Rücken mal tragen können. Ja gut, ich hätte zwei Großschwerter hier. Aber gut. Die abgenutzte Variante macht natürlich kaum Damage, deshalb. Guck mal, hier haben wir noch zwei Kisten. Also vielleicht schaffe ich es ja wirklich, auf eine Million Gold nochmal zu kommen. Aber da muss ich wirklich absolut jeden Händler komplett leer kaufen. Achso, der ist nicht mein Händler, okay. Hat der hier oben noch in seinem Gemach irgendwie was? Ja, eine Kiste. Und Gold. Und Schmuck. Natürlich nehmen wir das mit. Gut, ich denke, damit haben wir jetzt so ziemlich das meiste geplündert. Sehr viel mehr dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr geben. Das meiste haben wir jetzt rausgeholt hier aus der Stadt. So. Oh, guck mal. Da haben wir doch noch eine Kiste. Eiswelle. Die müsste ich auch mal öfter verwenden. Ich habe zum Beispiel ein paar Spruchrollen davon sogar. Die lege ich mir mal ganz ehrlich, die lege ich mir mal auf die vier. Ich versuche die mal bei den nächsten Revolutionen öfters mal zu nutzen. A-Samen. Wer A-Samen muss auch B-Samen. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Hier haben wir noch eine Kiste. Sehr schön. Was wir hier noch an Plünder rausholen. Junge, Junge, Junge. Das meiste ist wirklich ein nutzloser Tant, aber... Ich meine, in Masse kann das auch nochmal Geld bringen, theoretisch. Ich bin jetzt irgendwie doch nochmal motiviert, diese eine Million Challenge nochmal zu schaffen. Eine Million Goldstücke zusammen zu kratzen. Unmöglich wäre es wohl nicht. Okay. Gut. Ich glaube, auf der Seite sind wir jetzt wirklich durch. Jetzt können wir nochmal auf die andere gucken. Da ist nichts zu holen. Jedes Goldstück hilft mir da jetzt. Boah, in Bakaresch werde ich auch nochmal richtig viel Gold plüdern, wenn ich so drüber nachdenke. Bakaresch wird auch nochmal eine richtige Plünderungstour geben. Aber vorher muss ich meine 200 Gold mal eintauschen bei dem Goldtauscher, der da unten in der Schatzkammer ist. Die 200 Brocken Gold, die werden mir auch nochmal ein bisschen Geld bringen. Nichts zu holen. Das mache ich vielleicht sogar jetzt am Ende dieser Folge noch. So. Weil dann kann ich... Da ist nichts zu holen. Aber dann kann ich nächste Folge... Kann ich dann wie gesagt diese Stab-Quest nochmal machen. Müssen wir ja auch in Bakaresch suchen. Oder in der Nähe da zumindest von Bakaresch. Da können wir die Suche dort starten. Und... Da ist nichts mehr zu holen. Aber andererseits... Das wird so eine ewig lange Lauf- und Such-Quest. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt wirklich Bock drauf habe, das noch zu machen, ehrlich gesagt. Da habe ich lieber Bock, jetzt erstmal die ganze Welt zu vernichten. Das ist irgendwie... Als jetzt diese blöde Stab-Quest zu machen. Also... Die mir am Ende auch nicht so viel bringt. Weil ich muss es ja nicht mehr machen, theoretisch. Ich schlafe da nochmal eine Nacht drüber, glaube ich, ob ich nochmal machen will oder nicht. Eigentlich will ich echt nicht diese Quests, diese Content-Mod-Quests weiterverfolgen, weil ich die halt echt blöd finde. Und, ähm... Blöd geschrieben. Da ist nichts zu holen. So. Ah, ich glaube nicht, dass ich die machen werde, ehrlich gesagt. Ich werde lieber in der nächsten Folge Bakaresch befreien und die ganze Wüste befreien. Morassoul haben wir auch noch vor uns. Ich glaube, da habe ich irgendwie mehr Bock drauf, muss ich sagen. Ich glaube, da habe ich wirklich sehr viel mehr Lust drauf. Warte mal, ist da eine Tür da oben? Ist ja witzig. Hier ist irgend so ein Kran mit einer Tür oben dran. Was ist das denn? Oh. Äh, nee. Ah, fuck. Das ist ja abgefahren. Aber da komme ich wahrscheinlich irgendwie... Da komme ich wohl nur über dieses Dach ran. Was ist das? Ah, da komme ich wohl nicht ran. Nicht mal, wenn ich auf die Mauer drauf springen kann. Aber das ist ja cool, das fällt mir jetzt erst auf. Ist das im originalen Gothic 3 auch schon drin? Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Oh, hier liegen noch Waffen. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Ich müsste es schaffen, irgendwie auf das andere Tempeldach zu springen. Ah, nein! Shit, egal. Scheiß drauf. Pfeif drauf, pfeif drauf einfach. Ähm, Teleport, Bakaresch, Tempel. Ich darf jetzt nur nicht mit T-Scar direkt sprechen. Wenn ich das mache, dann wird er mich direkt angreifen. Aber ich könnte mit dem Sklaven nochmal reden. Ich glaube, wenn ich den Waffenbündel besorge, kämpfen die Sklaven mit. Das könnte ich machen. Irgendeiner von den Sklaven, der hier oben rumrennt. Falls ich den nicht irgendwie durch einen blöden Zufall getötet habe oder so. Ne, der müsste das sein. Murak. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ah, so ein Mist. Ich glaube, weil ich mich jetzt schon hier komplett für Belia verschrieben habe oder irgendwie die Rebellen vor der Stadt schon besiegt habe oder so. Ich glaube, deshalb geht das jetzt nicht mehr. Naja, egal. Ich tausche jetzt nochmal meine ganzen Goldbrocken ein. Über 200 habe ich. Da dürfte es auf jeden Fall jetzt nochmal eine hübsche Summe geben. Genau. 50 für 4000. Also kriege ich schon mal locker 16.000 raus, mindestens. Genau. Da haben wir da jetzt nochmal eine fette Summe Gold rausgezogen. Nicht schlecht. Ja, ganz ehrlich. Ich habe irgendwie Bock, die alle zu vernichten hier. Ich habe so Bock, die alle zu vernichten und in der nächsten Folge hier weiter zu plündern. Also jetzt diese Quest hier zu machen. Hier, diese Finde den Eisstab, ey. Der starb Talisman, ey. Das kann halt überall in der Wüste sein nach den Beschreibungen der Karte. Da habe ich irgendwie echt keine Lust drauf, muss ich ehrlich gesagt. Das sind jetzt hier nur noch... Das sind alles nur noch diese... Diese... Diese Content-Mod-Quests. Ich schlafe nochmal eine Nacht drüber. Ich schlafe nochmal eine Nacht drüber und überlege mir, ob ich das mache in der nächsten Folge. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge dann hier erstmal backerisch dem Erdboden gleich machen. Okay, sage ich vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.